Das soll ich hier hervorlocken. Vorsichtig! Seine Kraft ist dunkel. Das war's für mich. Ja, komm mal. Um uns herum gibt es eh weniger Bewegung. Die Schwarmprinzen wollen zum Schwert. Die Schwarmprinzen wollen zum Schwarmprinzen. Die Schwarmprinzen wollen zum Schwarmprinzen wollen. Das war's. Das war's. Das Schwert ist weg. Sie sind alle erledigt. Es heißt, das war eine der stärksten Waffen, die die Schar je gegen uns eingesetzt hat. Das glauben uns die Kryptarchen nie. Das war's. 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 Das war's.